So, hallo, grüßt euch. Moin, da sind wir wieder. So, immer noch im Schloss, nach ihnen. Ich habe heute im Nintendo eShop gesehen, dass gerade als letztes eine Golf-Map rausgekommen ist. Eine Golf-Map? Und das sieht abgefahren aus, was die Leute so machen da. Ich hatte mir heute den Xbox Game Pass angeguckt und da gab es Human Fall Flat Forest. Das ist hier drinnen, automatisch, im letzten Update einfach. Oh, jetzt bin ich aber heute mal profimäßig unterwegs, gleich zu Beginn. Das ist gut, das brauchen wir heute auch. Oh, klar. Kein Problem. Leider. Oh. Ist geil. Zieh mal unten raus. Um die Ecke oder was? Warum? Ja, lieber ziehst du, besser ziehst du. Oder ich halte fest und du springst drauf, geht auch. Oh shit, auf der anderen Seite wieder runtergefallen. Okay, dann nach dir. Ne, mach du mal. Genau. Ich wollte mir nämlich mal nicht so blöd aussehen. Ach man, komm schon ey. Ist aber auch wirklich nicht so leicht, muss man sagen. Ne, also man muss auf die Box auch rauf springen, anders geht es nicht. Aber, äh, ja. Mach du mal weiter da oben, vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht nicht. Ja. Glaub nicht. Na, ich bin jetzt hier bei der Zugbrücke. Und. Knaunz die hier runter. Zugbrücke. Oh, oh. Hm. Okay. Zugbrücke ist unten. Jetzt wollte ich, äh, da hinten springe ich nochmal kurz rüber. Achso, das wolltest du das letzte Mal schon machen, ne? Ja. Ja. Achso, da sind wir nur... Da kommen wir her, ne? Einfach. Ich weiß gar nicht, da hinten ist noch eine Glocke. Ich geh da nochmal kurz lang. Und guck, wo wir hier sind. Da ist die Mühle. Hm. Okay, ich komm wieder zu dir. Da seh ich dich schon. Hm. In der Mitte anfangen oder fast wirklich ganz hinten an, okay? Mhm. Schlau. Komm runter. Naja, anscheinend kommt die Lampe diesmal nicht runter, oder was? Warte mal. Ich spring nochmal hier mit ran. Jawoll. Okay. Was ein Tod. Hm. Okay. Okay. Gehst du vor? Ich versuch's. Oh, das war knapp, aber. Okay, dann jump ich hier mal kurz rüber. Hm. Hm. Einmal muss ich noch. Okay. Hahaha. Halleluja. Herz. Meinst du, ich komm da an der Lampe vorbei? Also was du machen kannst, ist, du kannst den linken festgedrückt halten und nur den rechten loslassen und dich dann mit dem rechten wieder erneut an der Lampe festhalten. Okay. Okay. Ich will jetzt den rechten wieder hoch nehmen. Ich will jetzt den rechten wieder hoch nehmen. Ja. Also. Ich glaub du hörst dich am Kopf fest oder so. Ja, das sieht besser aus. Bats. Okay. Ich geh kurz schon mal auf die Windmühle hoch. Jetzt fällst du, glaub ich, bei mir runter. Ja. Ja, wir können ja mal versuchen da hoch. Ja. Ja, wir können ja mal versuchen da hoch. Wissen. Wollen wir nochmal runterfallen. Willst du dich da langhangeln oder hast du davor wirklich drauf rum? Genau, langhangeln. Jawoll. Schödel der Arsch gepackt. Bist du Bock? Ich versuche es. Aber ich kann halt nicht schwingen, weil du hinter mir bist irgendwie. Der hält nicht fest, ey. Ich gehe immer kurz hier runter wieder. Versuch, du hast es geschafft. Also einmal. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das eben geschafft habe. Ich meine, das wird ja nicht höher. Ich weiß nicht, wie ich das eben geschafft habe. Moment, das wird ja nicht höher. Okay. Okay. Ich weiß aber eigentlich, dass es gereicht ist. Okay. Okay, einmal versuche ich auch noch. Okay. 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 Dann machst du es gar nicht, ne? Das hast du ja bei mir gemacht. Also du darfst auf jeden Fall nicht den Arm vorher ausstrecken. Jetzt kannst du das jetzt mal rausstrecken. Okay. 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 Dann geht's kurz hier. Okay. 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 naja gehen wir den anderen weg weiter oder ich habe mich rüber katapultieren lassen die letzte mal sind wir unten gegangen oder hast du das auch immer okay oh yeah wegen manchmal so gut hmm Ich gehe ein bisschen weiter nach links, dass du komplett rauf gehen kannst. Okay, ich bleibe hinten drauf stehen, oder geh du vor, ich bleibe hinten drauf stehen, dass du abspringen kannst. Okay, was war das gerade für eine komische Aktion von mir? Okay, war ich komplett bescheid. Nimm deine Arme vorher hoch. Okay, ja, 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 ja. Kann ich mich eigentlich hochziehen, ne? Doch. Nee, kann ich nicht. Wie der Sausten, als ob er so kläglich versucht. Kann ich echt nicht. Ich weiß nicht, wie ein Holzbrett dahinter oder so. Okay, ich versuch mal. Stellst du dich rauf? Sag bescheid, wenn du willst. Ich versuch mal. Okay. Ich versuch mal. Ich versuch mal. Ich versuch mal. Ich versuch mal. Weeeeee! Oh Gott! Oh Gott! Ich wollte hier noch einmal kurz oben versuchen raufzukommen. Bei diesem Eimer hier. Wie bitte? Ich wollte hier noch einmal kurz versuchen oben raufzukommen bei diesem Eimer. Ja. Aber schaffe ich irgendwie nicht. Hier ist ja so ein Seil, das geht da runter und ich frag mich was man damit machen kann. Aber wir werden es nie erfahren. Tschüss... Also... Ach hier ist die Höhle mit dem Steinchen, ne? Nein, Alter. Ich hasse es. Ich liebe es. Ich hasse es. Ich roll den Stein hier. Aua, Aua, Aua. Ich muss aus dem Weg gehen. Okay. Der ist einfach daneben gerollt. Auch gut. Ja, weil der auf meinen Kopf geknallt ist, glaube ich. Okay, dann ziehe ich das Ding hier selber runter. Ich glaube, der kommt noch. Okay. Es wackelt. Ich versuche das mal von der anderen Seite irgendwie anzuheben. Nee. Okay, ich gehe weiter und mache das nächste Ding für dich ready. Nein. Okay, da geht's. Ich habe es umgestoßen. Ja, ich bin das eine Ding weiter gesprungen. Und ich mache das andere Ding auch. Dann kannst du direkt da rüber. Ich habe keine Ahnung, wie du das so lässig schaffst. Ja, hier bin ich ja mit dem Ding runtergefallen. Ah, Servus. Okay, aber das... Ja, hier ist das Katapult. Gut. Ich feuere dich wieder rüber, ja? Mhm. Oh ja. Aber eigentlich ist das alles gut eingestellt hier. Ja? Ja, eigentlich schon. Okay. Ah, okay. Dahinter kommst du doch nicht rein, ja. Okay. Ja. Ja. Ja, das erste Mal. Und kriegst du es auf irgendwo das Tor? Kriegst du es irgendwo hoch? Hier jetzt nicht. Oh, da habe ich was gehört. Oh, jetzt ist die... Ja, hier ist noch eine Tür zugegangen und der Boden ist wie so eine Falltür. Völlig frech, also hier gibt es gar nichts in dem Raum. Oh, aber jetzt habe ich einen Ladescreen. Ja, genau. Das ist der nächste Abschnitt. Gibt dann auch keinen, also der Raum ist einfach... War einfach nur ein Kasten. Wir haben also das Schloss geschafft. Ja. Nice. Das war gut. Ja, schnell. Fix. Super. Mal hier hinten. Müssen wir ruuunen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich mache gar nichts. Ich bin nur reingesprungen eigentlich. Der fährt einfach von alleine. Ich konnte nicht mehr das Ruder bedienen. Ich versuche mal hier irgendwas. Okay. Komm schnell. Komm schnell. Keiner, keinem. Komm schnell. Komm schnell. Komm schnell. Ach, das müssen wir ein bisschen. Das müssen wir auch hier vom Dings... Vom Ufer natürlich holen. Links, rechts. So. Ich habe gesteuert. Geh nochmal hier runter. So, jetzt ist es vom Ufer. Der Steuermann. Let's face. Dann go. Warte, wir müssen gucken, wie der Wind ist. Einmal nach hinten. Ja. Oh, das geht aber ganz schön fix jetzt. Du musst steuern jetzt. Mal wieder checken, wie hier der Wind ist. So ist der Wind da. Wo bist du denn da hin? Weiß ich nicht. Okay, kann ich mal wieder zurückfahren? Nee. Okay. Doch. Na ja. Das ist aber super. Wo bist du? Ah. Hier. Ja. Okay. Schieben wir das Ding rein, wa? Ah nee, wir müssen jetzt auf die Hölzer. Auf die Hölzer bocken. Oh Mann. Auf die Hölzer bocken. Bock mich auf, fahr mich weg. Auf gebockt. Na ja, eher so, dass du rüberrollst, so ne? So. Und dann den anderen auch so davor legen. Der liegt doch schon so davor jetzt. Kann ich versuchen zu schieben? Äh, wenn du es hinbekommst. Ich glaub das ist eher ne Zielgeschichte. Okay, versuchen wir von vorne zu ziehen, so. Von der Seite. Okay. Bin da. Hat sich's bewegt schon? Nee. Kein Stück? Ich glaub schon. Ich steh auf den Stock, das ist ganz gut. Ja, ich, äh, dribbel den nochmal hier so ein bisschen rein. Dribbel mich. Meinst du wirklich seitlich war die, äh, smarte? Ja! Ja. Kommst du an. Was jetzt? Ah, der. Kommst du an. Der ist runter weggerollt. Jetzt wieder weiter? Sollte aber noch gehen. Ich nehm nochmal kurz den anderen Stöckel. Ja, 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 ja. Ja, rollt der noch? Okay, geil. Jo. Warte. Den Stock hier weg. So ein bisschen drück ich ihn rein. Ja, bitte nicht zu tief. No. Das hier muss er noch. So. Ist drin? Nee. Moment. Oh. Ich bin durchs Boot, äh, geglitscht. Oh nein. Ich weiß nicht was du da gemacht hast auf einmal. Ich hab ja nichts gemacht. Kriegst du ihn zurückgezogen? Ich häng an dir dran. Ich bin jetzt runtergefallen. Ich bin ertrunken glaube ich. Ja, zu lange darf man nicht unter Wasser bleiben. Ich bin runtergefallen. Ja. Also was du da fabriziert hast, ne? Ich zieh den mal zurück für dich. Bist du da wieder wie nen Scheiß gebaut? Das ist geil. Okay. Ah, dann mal los. Lass mich erst wieder rein. Ja, du musst ihn doch aus, aus dem Wasser. Aus Wasser drücken. Ja, aber wenn man nach vorne, geh mal nach vorne. Komm. Bah. Nochmal Anlauf, komm. Einfach von hinten. Eins, zwei, drei. Okay, nochmal. Ach ja. Um ist das Brot. Okay. Sorry. Best, bester Sound ever. Wow. Wenn das mal kein Abenteuer ist. Ja. Gude. Da. Gerade aus jetzt. Das wird ja immer größer. Das ist natürlich sogar Dompfer jetzt. Hier. Soll ich hier... Da sind Steine. Okay, du blockierst mich gerade, Dennis. Was? Sorry. Okay, wir fahren da dran vorbei, glaube ich. Meinst du nicht, dass wir okay... Meinst du nicht, dass wir... Aber okay. Also hinten auf dem Schiff hätte man rauf gekonnt. Ja, okay. Dann machen wir das. Aber... Oh. Wie wird's. Hallo. Richtig übermotiviert. Okay. 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 Auf Spook. Der Heck. Spook. Spook. Der Heck. Ey, was passiert mit dem anderen Boot? Hä? Ah, jetzt tschüss. Komm schnell raus. Hallo. Oh Mann, ey. Halt dich hier fest. So nix passiert. Und drüben. Nice. Die Treppen sind nicht für uns gemacht. Die Stufen. Oh. Hab ich dir gesagt. Ich hab dich gewohnt. Uh, jetzt bist du der Kapitän. Krass. Ich glaub, wir müssen da aber nicht rückwärts fahren. Da sind die roten Bojen. Da ist gleich das Ding vorbei. Aber auch nicht vorwärts soweit, ne? Wir müssen nach links. Das heißt, wir müssen den hier nach vorne machen. Und den hier irgendwie zurück. Und jetzt geht's nach vorne. Sollte reichen. Zack. Jetzt fett's. Ah, da war das Motorboot schneller. Jo. Aber du wolltest ja unbedingt den Dumpen verlegen. Vielleicht, wenn wir sonst da hinten gar nicht da rauf kommen. Das könnte sein. So, wollen wir den da links ran fahren? Da links daneben? Ja. Ja. Schön strecken hier. Ich knauze ihn da jetzt einfach rein, ne? Das sieht super aus. Wow. Wow. Angedockt und eingedockt. Geil. Boom. Okay, jetzt die hier wieder mittig machen oder so, ne? Ja, sauber. Ist schlecht. Cool. Saving. Kommen sie... Oh. Ach, gut. Weil da sind auch so Container. Meinst du, wir müssen den Dampfer da rüber fahren oder was? Ich glaube, wir müssen die Container da rauf fahren. Auf den Dampfer. Wir haben hier einen Schalter. Hoch, runter. Gut. Und vorne und hinten, oder? Meinst du, ich muss die Haken da ran setzen? Nein. Doch, musst du. Äh, weil ich kann die ja nicht breit ziehen und die müssen nach außen ran. Okay, dann muss ich gucken, wie ich da hoch komme. Okay, dann muss ich gucken, wie ich da hoch komme. Genau. Genau. Ja, das ist cool. Obwohl, ich hätte jetzt fast einlochen können, aber ich glaube, das ist schwer. Ah, ja, dann musst du nur ein bisschen nach rechts und dann weiter nach links, ne? Das sollte machbar sein. Mach den mal ein bisschen zu dir noch. Noch. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und jetzt zu mir. Okay, jetzt ein bisschen von dir weg. weg. No. Und jetzt noch ein bisschen runter, glaube ich. Eww. so. Und vielleicht, wenn es geht, noch ein Tick von dir weg. Und jetzt halt, äh, ja genau. zu, also zur anderen Seite ziehen. Ja, musst du nicht auf der anderen Seite zumindestens eh rüber. Gucken mal, ob das einlochen kann. Ah, knapp. Ein bisschen nach links hätte es noch gemusst wieder. Also zu dir. Na, und jetzt wieder ein bisschen zu mir. Ist aber auch schwierig. Was ist da? Ach, scheiße. Was ist denn da los, ey? Ach, jetzt ist der so komplett schief geworden. Ja. Wow. Da wollte ich erst mal wieder lösen. Oh. 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 So. Reicht schon, meinst du? Ähh. Das muss auf jeden Fall weiter nach, von dir weg. Ja, 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 das reicht schon. Ok. Ja, jetzt soll ich mal versuchen nochmal oder? Aber warte, mach mal langsam ein bisschen, damit ich die Haken sehe. Gehen wir mal weiter. Ja, sollte doch... Also eigentlich ist das cool. Mach mal. Jo. Und weiter. Soll ich weiterziehen? Ja. Na, der eine ist auf jeden Fall... Okay, jetzt hat er sich weggedreht, ey. Unglaublich. Aber von der Höhe her warst du perfekt. Nur da hat man sich... Okay, vielleicht muss ich wirklich da hoch und das da rauf und dann da irgendwie reinknausen. Kann ich nicht von... Da sind aber noch andere Plattformen, die dir... Kann ich nicht von dir da oben auch da rauf springen? Ja, ne? Ja, doch. Aufs Gelbe. Ich könnte auch... Mal probieren. Na, dann mach ich die immer ein bisschen weiter nach rechts. Ey. Hallo. Irgendwie so. Reicht dir das schon? Irgendwie so. Reicht dir das schon? Nein. Ja, aber dann kann man ja wieder auf der anderen Seite rüber ziehen. Okay. Dann gehe ich wieder rüber eben. Dann... Bisschen runter. Ja. Ja. Das kriegt das hin. Ein bisschen noch von dir... von mir weg. Ich probier's jetzt. Ja. 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 Und jetzt? Aber er ist nicht eingehakt. Er liegt einfach nur drinnen. Alles okay. Ich mach's jetzt mal hoch. Ja. Das ist aber ne schwere Geburt, ey. So... Ob man das überhaupt machen muss, ist ja auch ne Frage, ne? Was meinst du denn, wo wir hin müssen? Ich dachte auf den Frachter. Muss das. Denk ich nämlich auch. Aber wofür? Wo sollen wir denn mit dem Frachter danach hin? Das weiß ich leider nicht. Wow. Wir können doch nur mit dem Frachter hinfahren. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaub da gab's keine andere Richtung mehr. Hm. Ja, wir können ja danach mit... Meinst du nicht, dass wir einfach rüber müssen hier? Ich glaube, wir hätten einfach nur rüber gemusst. Ja? Ja. Ja. Genau. Ich glaub, wir hätten, äh, vom Frachter, äh, die eigene Plattform einfach nur rüber holen müssen. Die, die unter dem blauen Container jetzt ist. Ja, du hast recht. Da sind auch so viele solche Häklinge dran. Ja. Ja. Okay, dann, äh, fahr ich das mal kurz wieder zurück hier. Ja, gar keinen Stress, das ist die Zeit. Weing. Halt. Aber ob das Leute hinbekommen haben hier, das ist schon krass. Das glaub ich schon. Also, was ich ja in dem Golfvideo gesehen hab, äh, da ist alles möglich. Ich geh schon mal aufs Schiff. Ich glaub, die sind zu weit auseinander Kai. Wie soll man da jetzt hinspringen? he. Hm. Hm. Schon aggressiv, da. Ich hätt gern nochmal ein Reset. aber noch ein bisschen mann so das ist doch gut aus ich weiß nicht ob der abstand zu groß aber du probierst es ja gerade mal raus hier links ist gerade im container gelandet der frachter ist untergegangen so halbwegs ich weiß nicht was gerade hier passiert ist okay du ja irgendwie ist hinter dir ist der hinter dir ist jetzt ein container der war vorher hier links neben dem blauen genau okay random 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 so jetzt nur den einen hier lösen ok Kai! Kai, komm! Parcours Kai nennt man den auch. Und was soll man denn mit der Stange machen? Wir müssen da ja nur irgendwie rüber. Also, ach so, du meinst, dass wir die auf das blaue Ding packen und dass wir dann vom blauen aus da rauf können, wa? Ich denke... Ich glaube, wir denken zu kompliziert, ehrlich gesagt. Ja, weil... Ohne das Ding kommen wir ja nicht da rauf. Es sei denn, wir fahren uns hoch oder wir lassen ihn so und schwingen uns über die Haken da rauf. Das kann man natürlich auch machen. Was jetzt mit dem blauen Container? Das nervt mich auch schon wieder. Ja, ich glaube, wir können erstmal... Wir können auch den blauen holen. Ach, du kannst ihn so wegziehen, oder das? Genau. Hey, zieh mal eben kurz den Container da links über, Dennis. Kein Thema. Ne, wir haken den erstmal rechts ein, hier am Ende. Und dann ziehen wir den rosa ein bisschen selber runter. Weißt du, was ich meine? Ja. Na, es war viel zu weit. Ich glaube, du musst das von oben drauf machen. Dann zieh ich den noch ein bisschen hier rüber. Habe ich den jetzt ins falsche Loch eingehakt, ne? Aber das ist ja okay. Dann zieh ich den jetzt erstmal raus. Oh Gott, ey. Du kannst ja auch eine Rampe bauen da. Okay. Weil das müsste ja jetzt schon gleich irgendwie funktionieren werden. Reicht das? Alter. Was ist denn hier jetzt passiert? Tentakel-Monster hier. Okay. Kommst du da jetzt rauf? Rüber, weißt du? Nee. Da aufs Graue kommst du nicht. Gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Nicht ansatzweise. Scheiße. Na gut. Scheiße. Okay. Dann müssen wir nochmal hier... Oh, das rutscht runter wieder. Hast du da irgendwas gemacht? Ich seh das aber auch irgendwie komisch alles. Ist das alles sehr mysteriös? Oh. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Kai verliert Konzentration, ich seh's. Die zweite Flasche Wodka hätte nicht sein müssen. Geh mal da rüber und häng ihn da mal ran. Was befiehlst du mir denn? Ja, dann die Kette da rüber gehen. Jaaaaah. Jaaaaah. Jawoll. Kriegst du das mit dem anderen auch hin? Brauchst du nur einen, oder? Meinst du? Haaa. Woah. Was meinst du, soll ich hoch machen jetzt oder was? Wenn du jetzt hoch machst, vielleicht hakt du dich nochmal ein. Langsam. Oder? Ach so, der rechte ist auch raus, ja? Das weiß ich, das seh ich leider nicht von hier, ich komm mal rum. Gucken wir das mal genauer an, da. Ich geh ein bisschen runter wieder. Und jetzt fahr ich den mal ein bisschen nach links. Das sieht glaub ich gut aus. Wenn du jetzt nichts machen dann ist. Oh ne. Wo sah das denn gut aus? Das ist überhaupt nicht. Ja, das soll, das soll gut aus bevor du rauf gesprungen bist. Hör auf jetzt. Geil. Komm. Komm, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, der eine sieht wirklich nicht schlecht aus, ich fahr mal ein bisschen nach links. So, das sieht gut aus. Die sind drinnen. Beide? Besser könnten sie nicht drinnen sein, ja. Okay, dann fahr ich den jetzt hoch. Sind die immer noch drinnen? Jawoll. Ja. Und jetzt bockst du den komplett auf? Ja, jetzt fahr ich den, fahr ich den nach rechts. Genau. Oha. Gut. Oh Gott. Kurz ein bisschen zurück wieder. Okay, ich lass jetzt einfach runter wieder, ja? So. Ich bin drüben. Absi. Weiß nicht, ob du auch rüber kommst jetzt? Ich müsste. Ich müsste. Verdammt. Zieh dich nicht mal. Ja, ich komm gleich. Wo im Wasser? Ja. Oh Mann. Ich seh dich nicht. Bin hier. Da kommst du. Ich bin hier. Nice. Easy. Easy. Komplett nach links weg. Man kann die Kiste, glaub ich, runterkicken, ja. Guter, guter Brust. Bouncer. Das ist heißes Wasser. Heißes Wasser. Mit dem Strom. Hast ein Indiana Jones Level hier. Nein. Bist du verbrannt? So eine dumme Sache. Aktion. Alles. Ach du bist ja noch im Wasser. Er ist nicht so hoch. Aber ich kann hier einfach links auch lang, oder? Das geht auch. Dann kann man das Tor hier einfach aufziehen. Das geht auch. Nice. So, hier haben wir auf jeden Fall Kisten. Die brauchen wir wahrscheinlich irgendwo für, ne? Dennis hat die reingeschmissen. Ich hoffe, das war zweit. Er ist mal einfach reingeschmissen. Ne, ich wollte das schon mitfahren, sonst ist es nicht. Ja, vielleicht müssen wir... Kai. Kai, ich krieg keine Luft mehr. Ey, jetzt kommst du raus. Hol mich hier raus. Schaffst du. Aaaaaah, ich krieg keine Luft mehr. Ja, ich will doch nicht wieder rein. Ja, wir müssen die vielleicht hier aufstellen. Ich hab ja noch mal... Dass wir hier raufkommen. Oder dahinten. Oder da raufkommen. Dass wir hier da hochkommen. Nicht ins Wasser ziehen. Ja. Mach ich doch nicht. Aber ich wollte die da rüberruppen. Ja, das ist gut. Sag so, als ob du die wieder ins Wasser ziehen willst. Ey, hallo. Ey, hallo. Ey, hallo. Ey, hallo. Mein Name ist Kai. Ey, du scheiß Kistenkack. Ha, wurde gespeichert. Ein bisschen scheiß Kistenkack. Was fällt dir ein? Hm. Lass ihn mal noch hier drum. Kann ich spiel alleine weiter? Ja. Ja. Oh Gott. Ich muss eben schnell mal kurz mein Handy-Ladekabel holen. Was ist jetzt Zeit? Oh, schlug. Angere ich mir, schlug. Hm? Wie ist er denn? Guckst du jetzt genau an. Guckst du genau an. Was siehst du da? Ich lass nicht los. Kannst du knicken. Arschloch. Ja? Ach ja. Du bekommst den Schiss, oder? Ja. Oh, 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 oh. Das ist ein starker Booty. Das muss man dir lassen. So. Was siehst du da? Da kommt dir gleich kurz. Der Cut ist da rechts. Was siehst du da? Erzähl. Was ist da drüben? Was ist das? Die Fähling ist mir ein. Okay. Das ist immer Fall hier. Nein! Abstehen! Nein! Jo! Ja klein moin, wüsste ich. So. Ah, bei mir läuft noch alles. Okay, weiter geht's! Gut. Zeckibum. Ich hab das Floß hier ge... Muss jetzt springen. Muss jetzt springen. Ich hab noch viel gemacht. Katze ganz viel. Kannst du dir später bei YouTube anschauen. Und äh... Naja, noch mehr. Ich war ja die ganze Zeit hier. Nee, nee. Gar nichts hast gesehen. Hat er nur grade... Mach mal deine Cam wieder an. Den PIN-Co... Ich weiß nicht, ob denn das Handy ausgeht direkt. Wenn ich jetzt die Cam wieder anmache. Scheiße. Ich zieh dich hoch. Ich zieh dich hoch. Komm hoch! Oh, ja! Ich bin ein Champion! Moin! Da drüben ist eine Holzkiste, die wohl auf diesen Schalter muss, wa? Da geht die Tür auf. Da kommt das Floß wieder. Braucht wir das noch? Wo steuerten das hin danach? Ich war ja eben einmal da drüben. Nee, da warst du nicht. Nee, da beim Ring. Da ganz hinten drüben. Ja. Nee, 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 nee. Nee, das Eklige war gerade, dass das Handy ausgegangen ist und ich dann die PIN dreimal falsch eingegeben hab, dann die Puck eingeben musste, dann eine neue Sinnbestimmung. Du hast die Puck im Kopf? Nee, ich hab das alles hier immer griffbereit. Okay, ich weiß gerade echt nicht. Wir können hier nichts machen, du. Ich glaube, wir müssen nochmal rüber. Ja, und dann wahrscheinlich die Kiste holen und dann die Kiste mitnehmen mit dem Boot. Ja, Glucka hier einfach mal. Ich war gespannt, wo du... Ja genau, du landest auch da hinten. Oh, unglaublich. Dann spring ich da vorne rüber halt. Noch ne Idee? Das geht nicht. Ich hab hier noch zwei Kisten vor und mitgebracht. Was ist denn mit denen? Oh, ja. Habe ich die mal gerade am Ende gestellt, kannst du die jetzt hochziehen? Die hab ich vorhin ja ins Wasser geschmissen. Aus Spaß. Aus Jux. Nice. Die nehmen wir mit. Perfekt. Jetzt. Kriegst du's noch da rüber? Kriegst du's gezogen? Ich bin noch gar nicht drüben bei dir. So, wo warst du denn? Jetzt komm ich erst rüber, weil ich das Ding schräg gelegt hab. Aber vielleicht geht das ja. Ich glaub, das holen wir nicht ein. Nee. Nee. Ich mein, du musst auf die Kiste aufspringen. Geht das? Nee, komm ich nicht zu weit weg. Viel zu weit. Alter, und jetzt macht sie Speed auf. Jetzt spring ich hier rüber. Jetzt macht sie Speed auf. Okay, ich kümmere mich dann um die nächste Kiste. Moin. Ach, die sinkt hier sogar. Scheiße. Ach, die ist ja auch Wasser bei der Kiste. Das ist ja richtige Scheiße. Ja, ertrink. ertrink. Du kannst da, auf deiner Seite kannst du da sogar wieder hoch. Hm. Moin. Hättest du auch von unten, moin, hättest du von unten aber hoch drücken müssen. Ich spring mal rein. Okay. Ah nee, so nicht. Ich versuch die mal irgendwie zu nehmen. Ich muss nur so nach vorne fallen. Vielleicht geht das. Ich hab ne Idee. Genau. Das war eigentlich auch meine Idee da rauf zu springen, weil da geht die hochkant. Warte mal. Reit dich vor. Nee, hab ich nicht bekommen. Aber das ist ne gute Idee gewesen. Ich bin jetzt auf jeden Fall vorbereitet. Okay. Ich geh jetzt ein bisschen weiter mittig drauf. Geh mal so unten rechts, geh mal so unten rechts. Ah. Nee. Was hast du denn hier drin? Das ist, glaube ich, ein bisschen länger drauf bleiben. Ja, ich glaub, dass der Vorteil mit der zweiten Kiste war, dass sich da drauf abgestützt hat, sozusagen. Mhm. Genau. Äh, ich hab noch ein paar Sachen im Paedo hier. Im Paedo. Was ist denn das eigentlich für eine Kette hier? Oh ja. Die versuche ich mir mal zu holen. Oh ja. Oder warte mal, ich versuche nochmal kurz hier rauf. Oh ja. Bevor du die jetzt auch rein haust. Schade, jetzt ist das auf jeden Fall zu niedrig geworden. Hat dich nichts dran geändert Kai, das kann nicht sein. Oha, da quillen sie hoch. Wir haben richtig Bock, müssen wir uns töten. Okay. Die geht schon mal nicht. Was für ein Booty eben. Hier? Alter, Daddy ey. Okay, pass auf das Boot auf. Pass auf das Boot auf. Ich hab richtig Bock. Vielleicht können wir das Boot nochmal mit der Kette befestigen. Aber ich glaube das geht nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Aber vielleicht kann ich es festhalten. Meinst du raufschieben reicht? Ich würd drauf gehen. Ich halt's fest. Jawoll. Oh, da bin ich echt nochmal untergegluckert. Oh nein, nicht dein Ernst. Oh nee, Alter. Kai. Na, ich war doch gar nicht drauf. Ich war... Warum denn nicht? Du hast doch alle Zeit ne Welt. Ich war doch unterm Boot. Wieso warst du unterm Boot? Wieso warst du unterm Boot? Wieso warst du unterm Boot? Ich war einfach nur noch nie. Ich war einfach eher nicht auf Mohor formel. Ich war每mal mehr Fall. Nein, wirutachten einen Übersicht in den Merzeln. Ich war irre meaning. gehört alles hoch zu sein. pure voices,domes auf anderen Behörden. wenn man real Energy Gesicht Fourth espaço am nochvel hätte. Was machst du da jetzt? Ich hole den Ring wieder. Nein. Oh, so knapp. Kommst du? Ja. Die geht nicht. Jetzt? Hat sich gelockert? Nee. Jetzt habe ich irgendwie hier was ein bisschen wegbekommen. Jawohl. Nice. Bist du nicht über mich stolpern? Sorry. Das Ding ist gerade weggefahren. Wollen wir jetzt versuchen das mit dem Seil nochmal fest zu machen oder nicht? Nee, oder? Okay. Ich gehe dann rückwärts rauf. Ich gehe rückwärts rauf. Sag mal Bescheid, wenn das da ist. Ja. Ja. Stopp. Absolut geil. Okay. Wieder festhalten bitte. Nicht nervös werden. Okay. Kann drüber. Jawoll. Jawollo, ey. Okay. Kann drüber. Jetzt sind die Fragen, wie wir da rüberkommen. Ah, stimmt, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Am besten mit einer Kiste. Nee, wahrscheinlich von da links, wo die andere Kiste auch ist. Müssen wir irgendwie da hinkommen. Die Tür hier bleibt jetzt erstmal offen, ne? Gucken wir mal hier. Die Tür bleibt offen, das ist richtig. Ich versuche hier nochmal irgendwie was zu finden. Das kann doch aber nicht sein, wir landen hier, da muss es ja auch, äh, die Kisten habe ich ja nur. Ach, oder schon, oder? Wir müssen auch, ich kann mir schon vorstellen, dass wir die Kisten brauchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da wieder welche spawnen, wenn wir alle, äh, verbraucht haben. Okay, dann ertränke ich mich hier nochmal kurz. Komisch, dass ihr so im, äh, flacheren Gewässer langsamer ertrinkt. Er trinkt. Okay. Hier, Dennis. Ich habe hier irgendwelche Kisten hochgemacht. Kannst du die greifen, bevor ich sterbe? Ich muss das probieren. Wenn ich, gerade bin ich nicht da. Ich habe aber eine Idee. Ich bin drüben. Man kann hier rüberspringen auf die andere Seite mit dem, wenn du auf dem Floß bist. Hm, okay. Dann komme ich. Ohne Floß nix los. Wo fährt das Floß rum? Ja, lang, oder? Dann musst du auf die andere Seite rüberspringen. Aber da kackt das ja ab. Am Ende. Ja, sofort. Achso, du siehst mich gar nicht, ne? Ne. Hier bin ich. Hier musst du raufspringen. Ach, da bist du. Ja, na klar. Ja. Und Dennis hier das nächste Floß. Okay. Genau. Dann lass mal rauf. Oh, das Floß ist nix los. Ich mach das halt mit. Hm. Okay. Ach. Die können ja schon so ein bisschen lenken, glaub ich. Ja. Gegen Stuppi gehen und so ein bisschen... Sprengen. Eigentlich müssen wir jetzt... Darüber. Jawoll, ey. Jetzt haben wir auch die Kiste. Das hätte alles so viel leichter gehen können, aber es war ja okay. Äh, geil. Jaaaaa. Jepa. Jepa. Oh, da kommt wieder schöne Musik. Ab ins Boot, Dennis. Gezweifelt, dass wir damit fahren müssen. Jetzt fährt's, oder? Ja, so ein bisschen. Aber wohin wollen wir fahren? Damit sehe ich keinen... Guck mal, da ist ein... Da ist... Oh. Da ist ein Paddel. Oh, ich hole es. Alter, was ein Paddel, ey. Kannst du es mir gleich abnehmen? Warte mal. Ich würde es ein bisschen rüber drücken, aber irgendwie... Hast du es? Oh, schön. Ja. Okay, dann lass ich los. Vielleicht kommt es noch ein bisschen zurück, wenn es geht. Wo wohnt ihr? Hier komme ich locker hin. Du meinst, wir fahren in die richtige Richtung? Ja. Also es musste hier einfach nur drauf sein, das Paddel, oder was? Nee, jetzt hast du gerade alles zerstört. Nee, das hing fest. Das hing da fest. Wir konnten nicht weiter, weil das da hing. Na, das sehen wir nochmal. Das können wir auch mal später nochmal auf YouTube anschauen. In der Wiederholung. Das Wasser ist doch echt schnörchig. Das Wasser tief ist. Sprüge mal rein. Ich nehme das Paddel hier wieder weg, damit es weiter geht, wie davor auch. Oh nein, ey. Das war ja doof von mir. Sorry. Muss alleine weiter machen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Lass die Zeit, okay? Du hast alle Zeit der Welt. Beziehungsweise noch 13 Minuten und 45 Sekunden. Paddel dich an Ziel, Kai. Paddelmeister Kai. Kai, was machst du da? Ja. Okay, das ist krass. Nice. Komm hoch, Junge. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Nicht aufgeben. Junge. Ja. Oh Gott. Ja. Aggressiv. Und direkt weiter. Keine Pause dazwischen. Ich spring mal ins Wasser und hoffe, ich komm bei dir raus. Ah, noch hat's noch nicht gespeichert. Oh nein. Nein. Nee, ich komm noch nicht bei dir an. Ich komm mal kurz. Das ist ein scheiß Jump and Run. So, also ich bin jetzt hier auf jeden Fall hier hinten. Jetzt versuche ich da hoch. Oh, jetzt ist der hier runter gedroppt. Oh, ich habe es gesehen. Traurig. Aber jetzt bin ich hier. Mal gucken. Da kann ich glaube ich wieder aufs Boot, aber ich komm mal kurz, ob ich auch hier noch langkomme. Weil wenn ich hier rüber ins Wasser gehe, müsste er doch gespeichert haben, oder nicht? Ich geh einfach mal hier ins Wasser, ja? Klar. Probier alles aus. Echt nicht. Ach nee, nicht dein Ernst, Alter. Grüß dich. Moin. Grüezi. Da müssen wir den Jump machen, müssen wir da rüberjumpen. Solche Jumps kann ich echt nicht, ey, der fällt da immer auf der anderen Seite rüber. Und ich hab dich noch als Paddelmeister gelobt. Das brauche ich jetzt schon wieder. Hau rock. Hau rock. Hey, woher? Steh auf. Junge. Steh auf. Woher. Uhhh. sorry du hast mich überholt ist es nicht dass du besser als ich fick mich paddel mir ein du schaffst das na manchmal hängt man hier so jetzt häng ich hier mit der tasche fest das ist so dumm gemacht ich hab gesagt nimm keine tasche mit ja ich weiß was hast du da drinnen nix nix so jetzt kommt hier auf da ist er noch sehr bescheuert kommt der bescheuert nur ein mutter accessoire oder was jetzt aber man jawoll jawollu dann versuche ich jetzt da oben rauf zu springen wieder und versuche jetzt hier rüber zu springen und jetzt versuche ich da runter zu springen jawoll jawoll gut ja ich bin jetzt gestorben wieder alles ja abgespeichert ja okay es wobbelt pass auf das wobbelt nice nicht festgehakt pass auf ich den weg schön einfach loslassen einfach anziehen meint ihr müsst das ding mitnehmen das denn jetzt man geworbelt weg damit und tschüss ich kann mal gucken ob ich es zu dir hindrücken kann so ein bisschen guck mal hab so ein bisschen zu dir hingedrückt ging das jetzt zieh spring was eine schwierige geburt ich grüß dich frage ist jetzt natürlich was machen wir hier steine werfen steinig den meinten der halte du bist blasser als der stein müssen wir hier hoch vielleicht irgendwie mit dem mit hilfe der steine mit hilfe der steine ich will hier nicht runter fallen auch bitte nicht dass ich jetzt auch echt wieder ja genau das wo bist du ich bin hier noch im wasser ja ich zeig dir mal gleich was wenn du hier wieder wenn du gestorben bist ich sterbe nicht doch doch wirst du ich seh schon die lösung die rätselösung und wir brauchen auch nochmal den haken ich bin schon hier drüben ok hast dich durchgeschummelt aber da oben ist eine gondel genau ne da sind hier sind so luftlöcher also hier kannst du hier geht es dann links ist ein kleiner strand und dann da hinten rechts ist ein kleiner strand also ich glaube man kann hier schon durchgehen ok na gut na gut ich guck mal was ich mit der gondel hier vielleicht machen kann aber ich guck mal was du da hinten machst ich guck mal was du da hinten machst ich finde die Momente immer so gut wenn ich gerade zu dir guck und dann stirbst du irgendwie witzig in der villa war auf jeden fall wesentlich mehr Musik das level ist so richtig ruhig fehlt mir ein bisschen fehlt mir ein bisschen und jetzt hüpft dich durch jetzt soll ich echt ins wasser und mich durchhüpfen ja an der wand lang und dann kriegst du da luft an der wand ja und jetzt nach links und jetzt einfach geradeaus rüber aber du hast es nicht weiter versucht äh ne ich bin erstmal hier nur hin das hier kann man hoch und runter machen sehe ich gerade mehr auf also wir müssen noch was mit den steinen machen oh Gott ah in drei minuten sind wir bei äh eineinhalb stunden wäre aber noch schön wenn wir den Abschnitt schaffen ja lass uns hier hoch fahren kommen wir hier rüber soll ich mich da ran hängen wie äh hier einfach über die steine springen geht das nicht das reicht ich weiß es nicht warte kann ich dir helfen ja ok dann äh feil den kurz ein bisschen wieder dahin nein 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 es ist aber auch gerade das will ich jetzt noch ach kannst du da einfach rein oh oh Mann ich ich sag dir ich drücke die Sprungtaste ich glaub dir das weiß ich nicht ja da du hältst die immer gedrückt oder klickst du die einfach häufig ne ich klick die wenn nur einmal jawoll ok dann gehen wir jetzt da hoch fahren wir jetzt da hoch ne bleibt da drinnen bleib da drinnen soll ich nicht ok runter mit dir runter mit dir ah 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 das weiß das weiß Ja, bitte. Ich meinte das nicht so. Alter, ey. Meine Rüttrat ist hier gleich gebrochen. Okay, jetzt kommst du hoch, glaube ich. Hi, der Witzger. Nice, hier wird gespeichert. Meinst du, dass es der komplette Abschnitt wahrscheinlich nicht, wa? Weiß ich nicht. Weil wir sind jetzt bei eineinhalb Stunden. Plus der Zeit, die ich weg war? Oder wie noch? Die haben wir ja aufgenommen. Die lassen wir ja drinnen. Okay. Dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Ja. Tschüss. Das war ein geiles, geiles Game. Bye. Ciao.